Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tanksha'Rath of Heaven. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal auf dem Friedhof und haben versucht, einen Verbündeten zu treffen. Allerdings wurde der gekillt von irgendeiner unbekannten Gruppe. Und jetzt müssen wir zurück ins Rönnendorf gehen und dort Zenuske finden, glaube ich. Um das weitere Vorgehen zu besprechen. Okay, gut, dann nehme ich mal meine Items mit hier. Nicht so viel, weil die kosten einiges. Die Items aber, die sind geil für die Stealth-Kills. Ja, genau, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an hier. Nächstes Level. Genau, wir waren ja beim Friedhof und jetzt müssen wir zum Roten Haus am Tor gehen. Jini ist der Endgegner, also der Hauptgegner hier. Call into Holes, okay. Also wir sollen in Löscher kriechen irgendwie, keine Ahnung. Und wir sind wieder hier in dem Rönnendorf. Das Levelcam war ja noch von... Ah, da hinten ist direkt einer. Von Rekimaru und Ayame, ne? Die hat... Mit denen waren wir ja auch hier. Vielleicht sehen wir die ja mal wieder. Das wäre aber sehr interessant. So, aufpassen. Gucken, wo der nächste... Irgendwer ist gesprungen. Alter Schwede. Ah, hier in die Richtung. Alles klar. In die Richtung... Ist... Da! Okay. Da, ja. Ah, alles klar. Gut, ich verstehe. Ich finde es gut, dass hier noch so lange die normalen Gegner rumrennen. So, schaffe ich das? Wenn ich jetzt runter... Nein, nein, nein! Ah! Oh, Gott sei Dank! So. Oh, Knochenbecher. Oh, oh! Geil! Geil! Okay. Ah! So, weg mit dir. Hast du Kohle? Du hast Kohle. Sehr schön, Fliege. Gib mir das. Wo hier ist es, glaube ich... Hä? Jetzt muss ich direkt... Was? Ich muss sogar hier hin? Ich muss sogar zu dem... Hä? Was ist das denn? Boss. Ah, Teshu. Ich habe einen Job für dich. Wenn du bereit bist. Es gibt keinen Klienten. Du wirst für mich arbeiten. Du willst mich, Jinnai zu nehmen? Right? Er und seine Züge versuchen zu zerstören die Stadt. Sie sagten, dass ich in ihrer Weg bin. Und versucht mich zu töten. Wollte du dich? Teshu. Nicht so dumm. Ich bin Zenosuke Otohu. Ich würde niemals beinahe bei common criminers. Sorry, it was a stupid question. This will be the last job, Tesshu. I'll be retiring. I understand. I was thinking of moving on myself. Good. Very well, then. So long, boss. Take care of yourself, Tesshu. Ich weiß nicht von... Wer denn? Hä? Wer denn? Verdammt. Wer hat mich denn da entdeckt schon wieder? Also, irgendwer rennt hier rum. Wer hat mich hier entdeckt? Hallo? Ach, der Wichser da unten. Es sind sogar zwei. Ah, okay. Boah, wenn da zwei Gegner sind, da unten. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen soll, ey. Ne, einen Kill, ich wirb ein Blas. Boah. Dann. So, weg mit dem. So, okay. Hat der Kohle? Der hat Kohle für mich. Ja, der ist der andere. Haha, good luck. So. Alles klar. Dann. Warte ich erst mal, bis der sich hier abreagiert. Der hat meine Kohle geklaut, der Penner. Was soll denn das? Weg mit dir! Du Penner hast meine Kohle geklaut, ey. Ich hoffe, du bist mit dir jetzt wieder. Ja, sehr schön. Es sind zwar nur fünf, aber es ist etwas. So, irgendwer... Da opent der, oder was? Ach, ne, der da. Ah, weißt du was? Hier sind so viele Gegner. Den kill ich auch mit dem Blasrohr weg. So. No. Ja, ich weiß. Ah, da sind auch die Frauen wieder. Hat der Kohle? Ne, der hat keine Kohle. Okay. Da sind die Frauen wieder. Ah, geil. Okay. Hier rechts, da ist auch noch einer. Oh, Mann, ey. Da sind so viele Gegner. Weißt du was? Nimm den, komm. Nein! Ah! Die Reichweite ist nicht hoch von den Dingern. Ah, blöd, ey. Jetzt habe ich viel Kohle verschwendet, ey. Shit. Kann ich jetzt... Ja, okay, sehr schön. So, gut. Gut. Dann. Weg mit dir! Oh, fuck! Jetzt habe ich schon wieder das Ding gemacht, ey. Ah, ist das ärgerlich hier. Ah, was macht der denn? Ah, der macht diese Tiergeräusche auf einmal. Ja, gut, okay. Ah, geh doch hoch. Bleib da. So. Ey, du Tussi, ey. Geh weg! Blöde Tussi. Ey, das kann doch nicht sein. Hallo? Bleibst du jetzt mal unten? Ah, Mann. Mann! Blöd, ey. So oft entdeckt jetzt. Das ist mies. Das ist mies. Egal. Aber ich habe ja gelernt, ein paar Mal entdeckt zu werden. Ist noch okay bei Teshu. Das ist noch okay. Sagen wir es mal so. Hast du Kohle für mich? Natürlich auch keine Kohle, ey. Mann. Egal, komm. Weiter geht's. Einfach nach vorne schauen. So, da ist der nächste. Und? Ne. Egal. So, geil. Okay. Ich war jetzt stylisch von oben, aber... Ja, keine Ahnung. Dann wieder nur... Ah, 30. Jetzt ist... Ah! Ah, heiltrank. Sehr geil. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, geht's mal weiter. Nicht hier lang, sondern hier rechts lang war das. Ja, hier habe ich alle gekillt jetzt. Zwar um einen hohen Preis, aber ich habe sie gekillt. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier deine Nase nach. Also, immer hier schön. Den roten Punkten folgen. So. Sehr schön. Ah, jetzt sind wir in dem Bereich. Hier war ich mit Rikimaru. Ah, jetzt geht er hoch. So. Ah, da. Hahaha. Da ist doch wieder so eine... so eine Tussi. So. Die macht Rampeleien. Und... Weg mit dir. Direkt weg. Direkt weg. Wer auch immer mich da gesehen hat, direkt weg. Oh, Mann. Wer auch immer mich da schon wieder fast entdeckt hat. Hä? Keine Ahnung. So, 35. Alles klar. Ist schon mal gut. Hallo? Jetzt geht er hoch. Ich will da oben hin. Um mir wieder einen Überblick... Da hinten! Ah, Überblick zu verschaffen. So. So, wenn der sich jetzt wegbewegt, ist der fällig. Okay. Ja. Sehr geil. Sehr schön. Der nächste weg. So. Ist direkt der nächste. Ah, weg. Weg. Nein. Mach doch nicht immer diese Scheiße hier. Wo? Wo? Oh mein Gott. Oh. Was? 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 Ah, da ist er. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, geil. Unentdeckt. Unentdeckt. Nice. So, Kohle. Gib mir Kohle, ey. Ich brauche Kohle. Da ist wieder die nächste Kohle. So. 105 schon mal. Das ist schon mal gut. So, das war easy hier. Muss ich ehrlich sagen. Also... Nicht easy, aber das war... Ist gut gelaufen. Und jetzt mal hier weiter. Ah, wir kämpfen uns von innen raus. Ich verstehe. So. Alles klar. Dann. Da hinten sind wieder zwei Typen. Ja, da sind wieder zwei Gegner. Toll. Jeder hoch, bitte. So. Mach ich jetzt mal von hier oben alles. Einfach mal ein bisschen beobachten. Big... Big Teshu is watching you. Ja, ich weiß, der war schlecht. Das bringt gar nichts mit den Diktierdingern, ne? Ne, der geht weg. Aber der... Der bewegt sich nicht. Das ist schon mal gut. So. Weg mit dir. Zack. Seitenkill. So. Schöne Kill-Szene hier. So. Hast du Kohle für mich? Nein, er hat keine Kohle. Okay, dann halte ich. Nein! Oh Gott! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh. Gott sei Dank. So. Gut. Zum Glück ist der blöd. Zum Glück ist der blöd und will erst mal baden. Das würde ich an seiner Stelle nicht machen, weil ich würde da krank werden. Im Regen noch, im kalten Wasser und so. Ne. Wo ist denn der jetzt? Hä? Ah, da. Okay. Und geh direkt hin und kill den. Ja, sehr schön. So. Geil. Wunderbar. So. Der nächste. Der hat Kohle für mich? Sehr schön. Gut. Äh. Dann gehst du mal hier weiter. Das Level geht ziemlich schnell bis jetzt, oder? Da ist der nächste. Da sind zwei. Da sind drei. Ah, die Stelle ist satt. Ja, okay. Hier könnte ich jetzt ein Blasrohr gebrauchen, eigentlich. Aber ich hab keins. Das ist so blöd hier. Das ist so blöd hier. Ah, ich hab noch nicht mal einen gekriegt. Oh, scheiße. Jetzt geh bitte hoch. Nein. Der will nicht hoch hier. Oh. Ey. Nein. Geh weg. Oh, Gottes Willen. Oh, wie soll ich das denn machen? Das ist ja... Oh, scheiße, ey. Da ist irgendwo noch Bogenschütze. Ah, Mann. Der will hier nicht hoch. Warum will der denn hier nicht hoch? Ja. Jetzt entdecken mich hier alle. Ah, Mann. Jetzt geh hier hoch. Uff. Uff. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was ist das denn? Wie viele Leute laufen jetzt hier rum? So, auf jeden Fall nicht nur die. Nee. Nicht nur die. Aber Moment mal. Oh, die können nach oben gucken. Die sind gemein da, ey. Die sind richtig fies. Ach. Zig. Was? Okay. Ich probier's. Wetten der... Nee, okay. Sehr schön. Den hier hab ich schon mal. Boah, geil. Okay. Wunderbar. Oh. Was war das denn da gerade? Wie viele Leute sind mir da gerade eben nachgelaufen? Nur weil der nicht hochgesprungen ist, ey. Mann. Jetzt hab ich hier alle möglichen Leute entdeckt. Ah. Mann. Oh, Mann. Hier muss ich vorsichtig sein. Weil... Welche Gegner sind denn da noch? Ich seh hier keinen mehr. Nee, es ist... Anscheinend nur... Erstmal nur der hier. So. Einmal gucken. Was? Ja, geil. Okay. Ah, fuck. Hab ich noch einen entdeckt. Oh, zwei. Ah ja, das sind die beiden von eben. Ah, fuck. Ah, lauf doch schneller. Ja, was... Das kann ich nicht ohne entdeckt zu werden. Das geht nicht. Ich werde dich finden. Ich werde dich finden. Puh. Alter, da sind noch zwei Typen, ey. Beziehungsweise Gegner. Ja. Aha. Die drehen da verkrüppelte Runden. Ich verstehe schon, ja. Ah, einer hat eine Leiche entdeckt. Okay. So. Der kann gerne da hinten bleiben. Das ist gut. Weil dann kann ich den killen da. Ja, vergiss es bitte. Ah, jetzt kommt die auch. Oh, Mann. Der geht da hoch. Was? Okay. Okay. Na gut, aber der ist beruhigt. So. Muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich das mache. Ich glaube, ich kann hin. Ja. Und direkt weg hier. Komm. Nee, nee. Ich habe jetzt keine Zeit für eine Kill-Szene. Ich habe jetzt keine Zeit für eine Kill-Szene, deshalb... Ja. So. Dann haben wir somit... Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Ja, sehr geil. Okay. Gut. Boah. Herzkracher. Oh, Kohle. Gib mir Kohle. So. Und die Items kann ich halt auch gebrauchen, weil... Die meisten kann man zu Geld... Ah! Die meisten kann man zu Geld machen. Zum Beispiel sowas hier. Ja. So, der andere ist da hinten. So. 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 Der andere ist da hinten. Weil ich weiß ja zum Glück, wo ich hin muss. Also ich muss ja immer den gegenüberliegenden Weg quasi gehen. Ja. So. 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 You will see it through to the end. So. So. Das ist ein Endbus. Okay. Okay. Dann schmeißen wir die Granat. Nein! Nein! Geh da rein! Genau! Geh da! Schön rein! Ja! Sehr schön! Zack! So. Und zack! 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 Okay! Und weg damit! Und nimm das! Und kill den mal damit! So! Junge ey! Oh! Diese Kameraperspektive! Oh Gott! Ne! Das ist scheiße! Das Ding hier ist scheiße! Dann nimm mal das! Und nimm mal das Medipack hier! Und genau! Ich greif an! Greif an! So! Okay! Und! Und! Oh! Fuck! Nein! Mein Heiltrank! Mein Heiltrank! Ich verliere meinen Heiltrank! Oh Gott! Ja! Den muss ich jetzt eh nutzen! So! Trink! Trink doch! Er hat jetzt meinen Heiltrank geklaut, ne? Nehme ich an! So! Oder? Boah! Ist der schnell! Huh! Oh! Oh mein Gott! Oh! Oh! Boah! So! Sorry wenn ich ein bisschen rumkreische, aber... Wo ist denn der? Wo ist denn der? Hä? Moment mal! Wo ist denn der? Der sieht mich anscheinend noch? Wo ist der? Hä? Ah! Hinten? Ne? Hä? Keine Ahnung wo der ist! Ah da! Ah! Okay! Sehr schön! So! Ich hab ihn wieder gefunden! Und zack zack! Oh! Junge! Und zack! Ah! Nein! Was? Oh! Immer diese scheiß Kombos ey! Zack! Zack! Nein! Dann greif halt an! Zack! Zack! Ah! Boah! Uff! Oh man! Oh man! Okay dann! Greif an! Zack! Ah! Junge! Uff! Und zack zack! Zack! Ne! Ne! Keine Chance! Keine Chance! Ich geh mich nochmal heilen! Komm! Ich geh mich lieber nochmal heilen ey! Oh! Ist der schwer! Der ist schwer! Alter Schwede! Sorge! Heil dich! Und ja! Keine Items mehr! Kein gar nichts mehr! So! Die Frage ist jetzt ne! Wie kill ich den? Oh! Der trifft mich irgendwie immer! Und ich triff den gar nicht! Mann! Ey! Alter! Das kann ja jetzt nicht wahr sein! Oh! Oh! Ist das schwer! Heilige Scheiße ey! Ah! Boah! Ey! Der kriegt mich immer! Es wird jetzt ein Unsch- Ne! Alter! Ne! Oh ne ey! Ah! 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 Was für ein Wichser! Wirklich! Was für ein Penner! Ah! 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 Mann ey! Ich treff den nie! Ah! 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 Das spiel ich jetzt nach! Und das ganze Level! Oh Mann! Na ja gut! Okay! Dann würde ich sagen bis gleich! Ja! Ja Freunde! Da bin ich wieder! Äh! Ich hab jetzt grad mal wieder mein... Item hier genommen! Und... Und... Ja! Da bin ich wieder! Äh! Ich muss jetzt irgendwie den mal kriegen hier! Das kann doch nicht wahr sein! Dass ich den gar nicht treffe ey! Das... Das kann doch nicht sein! Was zieht der mit mir ab hier? Alter! Das kann ein... Ich kann es nicht... Ne! Oh! Ich hab ihn mal... Ich hab ihn mal getroffen alter! Ich hab ihn mal getroffen! Hä? Wieso? Ich hab doch Kreis gedrückt! Ja! Ah ja! Ah! Ich hoffe mal... Dass ich den jetzt endlich mal kriege hier! Das kann doch nicht wahr sein! Wo ist denn der jetzt? Hier hin! Okay! Ja komm hoch! Und dann... Zack! Zack! Oh ja! Ich hab den zweimal... Ah! Ich weiß jetzt wie ich ihn killen kann! Zack! 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 Ah ja! Okay! Der muss einfach hoch springen! Und dann kann ich ihn killen! Spring hoch! Komm! Spring hoch! Ich muss einfach warten, bis der versucht hoch zu springen! Und dann... Dann krieg ich den! So! Dann krieg ich den! So! Äh! Das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen langweilig zu warten, aber... Komm! Spring hoch! Komm! Spring doch hoch! Mein Gott! Spring doch hoch! Warum springt der nicht hoch? Verdammt! Was macht denn der da für Moves? Ah, das ist irgendwie verbuggt! Keine Ahnung! So! Okay! Der sieht mich durch die Wand! Ah! Da hinten ist er! Und jetzt komm! Nein! Ah! Schade! So! Egal! Dann komm! Komm! Ich hab meine eigene Taktik jetzt hier für dich! Komm hoch! Komm! Und... Zack! Genau! So! Jetzt reden wir mal weiter, mein Freund! So! Das ist... Taktisch! Jaja! So! Dann haben wir den! Und... Einmal noch! Einmal noch treffen! Dann hab ich den auch! Und... Ja! Nein! Ein Hitpoint! Oh Mann! Ich hab Angst, ey! Ich hab jetzt so ne Angst, ey! Ich mach das weiter so! Und... Yes! Nein! 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 Mein Gott! Alter! Hau ab! Oh! Geh wieder aufs Dach, ey! Ich hab so ne... Oh! So! Okay! Dann... Spring hoch! Komm! Spring hoch! Jetzt! Ja und... Ja! Ich hab's! Ich hab den! Oh! Wie sch... Wie geil! Hier! Teabake! Oh Mann! Oh! Was war das für ein Kampf, ey! Isn't it about time you showed yourself? Sakyo! Oh mein Gott! So... You knew! Ukyo lays the trap? But Sakyo does the killing! Hell! I bet your targets never even knew there were two of you! The kills today... Ah! The good old days... But I'm done taking orders! It's time the world learned to fear the name Jinnai Sakyo! Meh! I won't be needing this any longer! There is still time! If you hurry... You can catch your brother on his way to hell! NEIN! NOCH EINER! OH MAN! NEIN! BITTE NICH EY! NOCH EINER! OOOH! Was soll das denn? NOCH EIN KAMPF! OOOH! Was ist das denn für'n Scheiß! OH GOD! Was soll das denn? OOOH! Das ist ja fies mit 10 Hitpoints jetzt, ey! Ok... Ja gut... Wo ist denn der jetzt überhaupt? Ich bin erstmal weggerannt, aber... Hahahaha... So... Gut... Wo ist denn der Gegner? Ah, der... Ey, boah... Was ist das denn? Ne... Ey... Oh man, ok... Also, irgendwo im Wasser... Ich darf mich jetzt nicht von dem treffen lassen, weil dann bin ich tot! Irgendwo da! Uh! Ok... Da unten! Alles klar! So, ok... Komm hoch! Spring hoch! Ja, ich warte jetzt einfach ab! Ja, ja... Bis der versucht hier hoch zu springen... Oh man! Ey... Boah, ich hab so Schiss gerade, ey! Ok... Ich hab so einen Respekt hier vor! Alter Schwede! Ja, er kommt! Weg mit dem! So... Das muss ich jetzt länger so machen! Das muss ich jetzt länger so machen! So... Das ist jetzt meine Taktik hier! Meine Master-Taktik! Ah, warte mal! Der geht ja so komische Runden da, ne? Vielleicht kann ich ja den austricksen! Nein! Aaaaaah! Warum hat der nicht getroffen, Mann? Warum hat der nicht getroffen? Aaaaaah! 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 Verdammt! Verdammt! Na gut, Freunde! Ich würde sagen, wir sehen uns da gleich wieder! Ja, also auch mit gleichem Hitpoint-Stand und so! Ich probiere es jetzt wieder genau zu machen! Und ja, dann würde ich mal sagen, bis gleich! Ja, hallo zusammen! Da bin ich wieder! Äh... Ja, ich hab's hingekriegt, wieder die gleichen Hitpoints zu haben! Und ja, dann würde ich sagen, probieren wir den jetzt nochmal! Und jetzt treff den doch mal! Alter Schwede! Boah! Ey! Da kommen zwei Gegner! Wie soll ich das machen? Da kommen zwei Gegner! Mit Teishu auch noch! Mit dem, der keine Kombos hat! Oh Mann, ey! Ja, wie gesagt, also... Wenn ich den jetzt hier nicht schaffe... Dann, äh... Dann werde ich das so machen, dass ich... Dass ich, äh... Den kille! Und... Und euch dann wieder bei der Cutscene hier reinschneide, weil... Was soll ich denn machen, ey? Ja, das werde ich so machen! Ich bin jetzt grad echt angespannt, weil ich hab das Level wieder komplett nachgespielt! Oh Mann, ey! Das ist doch ein Müll, wirklich! Zwei Gegner, ey! Zwei Gegner! So, er kommt hochgesprungen, ne? Springst du hoch? So, jetzt aber, komm! Komm! Kommst du hoch? Der hängt da unten fest! Ah, ich verstehe! Okay! Wenn ich jetzt noch ein paar Items hätte, das wäre ganz gut gewesen, aber... Woher soll ich denn wissen, dass da zwei Endgegner kommen? Jetzt mal ehrlich! So! Ja! Aber das Dumme ist... Der erahnt immer, wo ich bin! Ich kann den nicht von hinten angreifen! Ne, das geht nicht! So! Dann muss ich das jetzt irgendwie so machen! Ich hab keine Ahnung, wie! Aber, ja... Boah, ich bin grad echt überfragt hier! Sorry! Äh... Was soll das denn für ne Scheiße, ey! Wirklich! Ne, das geht nicht! Ey, Freunde, das geht nicht! Alter Schwede! Okay! Gut! Äh... Dann würde ich sagen... Ja! Würde ich sagen... Ich kill den Gegner! Und dann sehen wir uns nach der Cutscene wieder, ja? Also, bis gleich! Boah! So, Freunde, da bin ich wieder! Ich hab' den jetzt noch gekillt! So, weiter geht's! So, hast du! Dieses Platz wird jetzt auf jeden Fall aufhören! Boah, das war heftig! Ja... Hm... Das ist gut! Das ist echt gut! Das ist wirklich gut! Was? 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 Das ist ja... Aber... Wieso? Das war nicht? Die Firetriebe! A needle to the neck. If we meet again, one of us will die. Well, now we're even. When the law fails to serve justice, one can buy justice. Time will only tell if the flaws of legal systems will ever be fixed. But in the past, Murder for Hire was a profitable but dangerous underground business that filled in the holes of the law. Okay. Okay? Was? Das war's? Das war's mit Tenchu's Stealth Assessence? Wow, okay. Also das ist... Oho. Ein sehr überraschendes Ende, also. Hui, das muss ich ja erstmal verdauen. Also. Krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, da kommen noch mindestens zwei Level, aber... Tenchu ist echt, äh... Ja. Eine kürzere Story und ich find den so cool, wie er am Ende noch die Bomben dahin geschmissen hat und so. Äh... Ja. Somit geht ein großes Projekt zu Ende, würde ich sagen, ne? Also das war auch irgendwie... Ich weiß nicht, also es war teilweise abzusehen, weil er zwei Endgegner kamen. Aber irgendwie auch doch nicht. Und ja... Ich find das Ende wirklich echt überraschend, also. Krass. Er... Also Tenchu macht jetzt anscheinend keine Jobs mehr. Er hat damit aufgehört, mit dem Kopfgeldjagen anscheinend. Und... Ja. Ich bin echt überrascht, muss ich sagen, über das Ende. Aber ich find's sehr gelungen, also wie gesagt. Da am Ende wurde auch nochmal erklärt, dass, äh... Ja, was die Kopfgeldjäger da auch gemacht haben, so. Das war halt alles ein bezahltes Business. Im alten Japan. Und... Ja, genau. Und die, äh... Kopfgeldjäger und die Asuma-Ninja sind jetzt even. Also quitt. Die bekriegen sich jetzt nicht mehr. Und ja, genau. Gut. Ja. Äh... Das war's mit Tenchu Wrath of Heaven. Ich bin sehr überrascht. Und, ja. Fazit zum Spiel ist, ich find's sehr geil. Auf jeden Fall. Auch wenn ich manchmal mit der Steuerung ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Aber das liegt wahrscheinlich daran, äh... Dass ich jetzt... Dass das ein PS2-Spiel ist. Und... Ja. Ich bedanke mich bei allen Abonnenten, die hier zugeschaut haben. Ich hab mich sehr gefreut, dass ihr alle dabei wart. Auch, äh... Die Kommentarschreiber. Und, ja. Tenchu, eine wirklich sehr geile Reihe. Die Musik ist gerade ein bisschen sehr laut. Aber, ja. Wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Playstation-Teile von Tenchu durchzuspielen. Ob ich jetzt den Xbox-Teil anfange, weiß ich noch nicht. Weil einen Xbox-Simulator hab ich leider nicht. Und meine Xbox, meine alte, ist kaputt. Und deshalb... Ja, muss ich gucken. Also, Tenchu Z... Ich weiß nicht, was das jetzt noch mit dem richtigen Tenchu zu tun hat. Muss ich mir noch überlegen. Also, ja. Aber Tenchu 1 bis 3 wirklich. Also, Tenchu 1 geil. Tenchu 2 geil. Tenchu 3 geil. Also, ja. Ich bin sehr begeistert. Muss ich ja auf jeden Fall sagen. Ah, es gibt noch ein Bonus-Level. Hat mir der... Einen Moment. Ich schau mal gerade in den Kommentaren nach. Jemand hat den Kommentar geschrieben. Mit dem Bonus-Level. Das schau ich mir jetzt noch mal nach. So. Ah, ja. Hier, genau. Der Ultimate Warrior war es. Vor einer Woche hat er geschrieben, dass es noch ein Extra-Level gibt. Irgendwie. Indem man einen Code eingibt im Hauptmenü. Äh, das werde ich als Bonus-Part machen. Auf jeden Fall. Also, das Level werde ich definitiv noch aufnehmen. Und, ja. Was gibt es jetzt sonst noch so zu sagen? Äh. Ja. Nicht mehr viel, würde ich sagen. Ich glaube, dass die letzten Worte zu diesem Spiel sind gesagt. Äh. Ein richtig, richtig, richtig geiles Spiel. Auch schön, mal wieder Rikima und Ayame in neuere Grafik zu sehen. Und, ja. Das wäre es dann gewesen für Tanks to Wrath of Heaven. Letzte Statistik. Wie war es? Gar nicht mal schlecht. Okay. Professional. Ja, das war okay. Würde ich sagen. Gut. 13 Mal entdeckt. 18 Leute getötet. Ja, passt. Die beiden Normalen, das waren die Bosse. Ja. Kohle bekommen. Und dann mach Next und speicher das. Und, ja. Dann würde ich sagen, nimmt Tanks to Wrath of Heaven vorerst ein Ende. Wie gesagt, da kommt noch der Bonus-Part. Und, ja. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Und verabschiedet. Sie bespielt, verabschiedet sich hiermit. Wünscht euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und lädt das alles bald hoch. Und bis zum nächsten Projekt. Bis dann. 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 Vielen Dank.